Dennis Enten gegen den ausschlagenden Florian Hartig der ist schwer zu spielen spielt völlig ohne Wappelkopf und hat überraschend im ersten Satz hier gewonnen gegen den Top-Favoriten des Turniers aber jetzt ist Dennis offensichtlich warm gespielt und dann ist Schluss mit lustig relativ süß harmlos Hauptschlag aber komplett unterschätzt viele wieder also der erste Satz war deutlich besser für Florian was natürlich daran lag dass Dennis Enten noch nicht richtig warm getrommelt war da gab es Möglichkeiten viele Brille zu rekommieren die der Sperr rutscht kein Satz das 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 das